So, wieder da. Baby, Baby. Gildenreise. Jo. Das heißt, ihr. Wir machen die Gildenreise. RIP. Ihr seid ja fast durch. Ich muss jetzt auch nicht mit. Oder? Das Skellk-Nest-Vorloch nehme ich, wenn es noch keiner hat. So, was ist jetzt noch nicht vergeben? Dieser Schwundfallhof, ne? So, was ist jetzt noch nicht vergeben?